Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Hallo erstmal! Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten. GTA Online 5 Ja, ist das gleiche. GTA Online 5 Wo ist zum... hä? Da muss man drauf. Ach, da auch. Weiß nicht, nein. Doch, muss man. Echt? Da ist doch auch noch. Muss man nicht. Muss man nicht? Okay. Doch, muss man. Ne, muss man nicht. Hier kommen wir auch hin. Ich bin hingekommen. Ich hab's cooler gemacht. Weiß ich bin halt cool. Deswegen macht man es richtig. Wie ein cooler. Du bist cool, wüsst aber nicht schmult. Oh, 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 oh. Hä? Was? Hä? Wann da reinfahren? Hä? Was? Wo? Wie? Wohin? Weiß Obi. Hä? Ach da! Obi weiß was Obi. Nein! Verdammt! Verkackt! Hä? Wo war ein Derby? Was? Oh neee, ich hab schon kein Bock mehr. Das wird lustig wieder. Was? Was? Wie soll man das schaffen? Okay, ist das überhaupt machbar? Ich glaube nicht mit nicht getunten Autos, oder? Das ist unmachbar. Außer mit dem Heli. Vor allem, ich flieg die ganze Zeit runter. Ich komme eine Runde und dann war's das. Ja, deswegen hab ich nur eine Runde eingestellt. Oh. Du hättest was auch schaffen können. Marcel schafft es nicht. Das Problem ist, damit wir das Rennen beenden können, müssen wir es zwei schaffen. Ja, deshalb. Wir werden die beenden. Ist doch auch lustig. Wir haben bis jetzt jedes zu Ende gebracht. Jedes. Echt so? Also da ist scheißegal. Auch wenn wir verzweifelt waren. Wir haben es geschafft. Ich sag nur das letzte. Ja. In diesem Häusersjob. Ja. 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 Es geht nicht. Warum nicht? Tab? Tab fly oder fly oder so. Du kotzt jetzt schon ins Essen. Du kotzt jetzt schon ins Essen. Das ist auch schön. Vor allem der Checkpunkt ist noch in der Luft. Jetzt kommt er auch noch dazu. Nein. Und ich drehe mich vor. Oh Mann. Oh Mann. Das geht bis ganz hoch. Was? Jetzt wirklich bis ganz nach oben. Ja. Deswegen kann ich die Bewertung so. Weil es keiner geschafft hat wahrscheinlich. Nein. Es war machbar gewesen gerade. Es ist machbar. Es ist aber schwer und unmachbar. Ja. Sehr schwer. Mit unseren Sarazar-Skills schaffen wir das nicht. Ah doch. Warte. Vielleicht müssen wir versuchen auf den Container zu kommen. Nein. Das klappt nicht. Du kannst ja nicht drauf bleiben. Weil der hüpft ja die ganze Zeit. Und dann fliegst du runter. Challenge accepted. Schelette accept. Schelette accept. Hmmm... Hm... Hmmm... Gute Frage. Nächste Frage. Wie? Oh... Verdammt. Das klappt doch nicht so. Oh ne, mach alles mal so. Hm. Lol. Machen wir wieder, alte Ansicht, das war keine gute Ansicht. Jetzt habe ich mich auch gerade versucht. Vorhin die Schanze hoch und dann vorher bin ich rausgeflogen. Auf jeden Fall mehr Speed. Bisschen mehr Speed. So die Schanze gut treffen und dann einfach jetzt so bleiben und nicht runter fliegen. Genau. Fast. Wäre das runter fliegen nicht gewesen. Ja, es ist ja nur eine kleine Wirklichkeit, nicht nur. Boah, Alter, es geht ja böse weit hoch. Lol. Voll dran vorbei. Nein, das gibt es nicht. Es sollte mal zwischendrin mal ein Checkpoint geben. Ja, wie willst du denn weiterfahren? Vielleicht. Ja, ich fahr voll gut. A-A? Musst du A-A? Äh, noch nicht. Er muss A-A. Ist gegen A-A. Genau so, genau, weiter hoch, weiter, weiter, weiter. Woa, 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 nein, 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 ich hätte doch... Wie weit gehen das? Ach da. Hast du gestopft? Nein, drei Viertel von der Strecke grad. Aber mit Glück. Es wird immer steiler. Das ist ja nicht so geil. Das ist ja nicht so geil. Ich hänge. Ich park aufm Auto, äh, aufm Dach. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Wie sieht das Auto von unten aus? Wie? Ja, das sieht sehr elegant aus, was du da machst. Danke. Loll. Jaaaa! Einmal, um den ganzen... Ach da ist easy. Ich bin geflogen. Hallo! Jetzt, 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 nein, nicht runter, wieder hoch. Mann! Ich krieg immer, ich flieg, ich rutsch doch immer runter, das geht nicht. Ja, 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 ich bin obendrauf. Jetzt ganz langsam. Ja, dann kriegst du Check-Bank nicht, weil du zu langsam bist. Wenigstens wissen wir dann, dass es nicht... Geht. Schass. Ne, da ist so ein Container so gesetzt, dass man da nicht hochkommt. Ja, extra, natürlich. War mir ja irgendwie klar. Leck mich doch am Arsch, Mensch. Nein, keine Lust. Ne, heute nicht. Du bist Los Santos dann fertig. Mannlauf! Oh Mann! Ich komm da nicht drüber! Boah! Scheiße! Auf der Masche Rundfahrt? Ja. Ja, aber schon geguckt, ob man vielleicht von einem anderen Haus rauf springen kann, aber keine Chance, damit man ja nicht aussteigen kann. Ich komm über den Container nicht drüber. Hier, linke Hand sehen Sie. Moderne Kunst. Ich bin drüber durch den Container. Jetzt, Vorsicht. Ja. Ganz ruhig. Ich bin gleich oben, ich bin gleich oben, ich krieg den Checkpoint eh nicht, ich bin gleich oben, hast du vor 10 Minuten schon gesagt, ich weiß nicht, es geht doch erst 8 Minuten, du bist ein Held, gleich oben, gleich, ich krieg den Checkpoint nie im Leben, ja sag ich doch, weil er so in der Luft ist, er ist 500 Meter weg von hier, der ist mit Vollspeed hoch, ja gut, kann man mal machen, ich hab hier oben, ich genieße die Aussicht, ist auch schön, aus sich genießen, wir sehen sie, wir sehen sie das Mars Bank Area Wall, die andere Türme, wuuu, ich hab gerade meine Hinterreifen geschrottet dank einem Donut, Donut, der Donut hat nicht gedonert, doch eine Runde hab ich geschafft, dann das man die pfff macht, Donuts Borders, und seither hab ich, ja, fliegende Funken hinten, Mann, einmal geschwindig fährt weg, und Twitch weg, Leck, pfff, jämmerlich, jämmerlich, he, jämmerlich, he, das ist unmöglich, ganz ehrlich, nix ist unmöglich, Toyota, wiiiii, ich hab's erst mal begann, ja, ja, ich auch, die Attentat-Buddies, lol, hä, kein Kontakt und ich bin jetzt bei dir voll geschreddert, ja, so ging's mir beim, beim zweiten Mal Respawn auch, lol, dann stand's plötzlich da, und ich, von null auf, äh, von hundert auf null, oh, geht gar nicht, weil ich die ganze Zeit runterrutsch, selbst wenn ich hochdrück, klappt das nicht, nee, das klappt echt nicht, ja, aber das hat er ja schaffen müssen, sonst kriegt er, stand's ja doch nicht frei, oder? Eigentlich schon, aber vielleicht gibt's irgendeinen Trick, dass man es nicht haben muss. Hm. Ah, schön, mein Desktop hat noch als Hintergrund, das ist ganz interessant als Spiel, yes, 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 nein, 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 oder, der hat 50 Prozent nachlass bei Star Wars, denn geht doch das Auto putzen. Ich komm mal mit. Da führt eh keinen Sinn mehr. Gehensaft, nach 10 Minuten gibt mal auf. Dieem этим marginale hat zu, Alter, das finde ich sing. Charlousie, Absturz. Hm. Ich fange mich an zu kotzen. Ich mach mir, mir wird schlecht. Immer das hier, immer dasselbe mit euch hier. Nun, Pamm. Und dann möchte ich behaupten, das Auto ist ein Heckantrieb. Spontan. Spontan? Ich sag Bescheid, wenn du auch aufgegeben hast, dann mach mal einen neuen Job. Nein, wir machen das bis wir es geschafft haben. Stunden später. So lange Videos gibt es bei YouTube aber nicht. Doch, gibt es. Oh, hier liegt eine Tote. Da ist ja die 10 Stunden Version von 9Cat nicht mal locker erreichbar. Du brauchst ein neues Auto? Ja, die Felgen machen keine Striche. Das ist auch das Problem. Sag mal. Riegel, Riegel, Reihe. Juhu, über die Container drüber. Ah, was Neues. Bock jemand zu Trevor zu fahren? Moment, ich komme. Okay. Ich fahre einmal hier durch Los Santos. Gleich ist alles abgesperrt. Warte ab. Nö, ist gar nicht. Dann kannst du überall hinfahren. Fahr du voraus. Ich weiß nicht, wo Trevor wohnt. Okay, bitte wenden. Au. Ich habe gewendet. Ich nicht. Au. Nein. Nein. Kurz vor der... Vom Ende. Auf Platz 1. Cool. Oh, Mann. Das war jetzt so knapp. Oh, Mann. Was war das für ein... Oh, da war eine Palme. Ich hoffe nochmal, dass es hier lang geht. Ja, richtig. Wir müssen zum Wüstengebiet. Oh, Mann. Für die Zuschauer, die jetzt noch drangeblieben sind bei mir, wir erkunden Los Santos. Wer jetzt ausschalten will, jetzt kommt nichts Spannendes mehr. Ne. Außer Los Santos. Die Stadt der Reichen und Bitches. Äh, und ihre Armen. Der, der Reichen... Ja, 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 ja. Nein! Nein! Da war's Ende! Da war's Ende! Wer sehen will, wie man dieses Rennen nicht fährt, guckt bei Easy. Link in der Beschreibung. Hä, wo bin du es hin? Äh, ich bin runtergefahren. Das sehe ich gerade auch. Baum, Fels. Nein! Und rückwärts. Was für eine Konzentration man da braucht. Ja, wir müssen auch gucken, wie man zu Schwörer kommt. Aber volle Kanne. Ich weiß, dass es die falsche Richtung hier ist. Da bist du. Ja. Abkürzung. Oh, das sind hier Skills. Salter, Schraube. Explosion. Ne, noch gar keine. Gut. Sei froh, sonst musst du nochmal fahren. Ja, das hab ich mir auch gerade überlegt. Haha. Gleich explodiert. Und Scheiße. Nein, 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 nein. So ist es. So ist es. So ist gut. So ist es. Das ist ein Busch, warum bleib ich an einem Busch hängen? Welcher Busch? Oh Mann Obst Stand Die Zuschauer die jetzt noch da sind, warum jetzt seid ihr noch da? Na ganz ehrlich, warum tut ihr euch das an...?, Hey Ob shand! Cool! Wenn ihr jetzt noch dran schreibt Schreibt jollollo Warum auch immer Ja, Knall drauf! Pam! Oder Hashtag, ich find Bombo toll. Das wird glaub ich nirgends erscheinen, ah, Schraube, nein, danke. Kaputt, neuer Start. Mal Richtung Palme, Flughafen, hey Flughafen, hallo. Hey! Wieso steht hier kein Helikopter, wenn man einen braucht? Nein! Nein! Ah, die Garage gehts aber auf, danke Trevor. Jeder, der behauptet, dass Supersportwagen keine Offroad-Fahrzeuge sind, der lügt. Entschuldigung Kaktus. 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 Denk dran ist nicht, wenn du aufgeben willst sag Bescheid. Nöööö. Das hängt nur an dir. Nöööö. Das ist echt so. Das ist machbar. Ihr seid nur Pussis, ihr keine Geduld habt. Hallo Trevor. Wo soll's jetzt hingehen? Aber kurz, ich will mich bloß für ihn so parken, dass es aussieht als frisch bei mir auf dem Frau Sitz sitzen. Ich geh inte Ahnung, wie wir sind. Gute Frage. Wir fahren mal zum nörderlichsten Tippchen. Also ganz oben hin fahren wir mal. Sind nur 5,72 Km. Wir sind Marcus. Kennt die Strecke auswendig, ich war da schon. In- und auswendig! Aber man war echt selten da oben. Ist da nicht ne kleine Stadt? Ahja tatsächlich. Was macht er? Ich hab' auf die Karte geguckt. Trollolololololololololololoo. Auf die Autobahn. Ja, ich hab' gedacht du flirst grad auf uns. Nö nö, nö. Und Auto ist freier Samstag, muss man immer mal ausnutzen hier, oder? Jo. Du bist fertig. Easy, alles klar? Ja, ja. Alles okay. Wir machen eine Tour. Ich schaff's noch. Es wird immer knapper. Ja, klappt. Loll, Drehung! Wir haben das Ziel erreicht. Nö, noch nicht. Ja, aber hier ist der nördlichste Punkt. Nein. Ich? Nein. Ich bin noch 1,9 Kilometer. Ey, da ist die Stadt. Die nördlichste Stadt ist da. Den, den, den nördlichsten Punkt. Ich hab nicht gesagt die nördlichste Stadt. Ja, aber das ist der Punkt. Nein. Wir sind schon ganz weg. Wir sind schon ganz weg. Oh, du hast recht. Ich weiß. Du weißt. Ah, hier geht's recht runter. Boom, explodiert. Ne, noch nicht ganz, aber falsch. Oh. Aber Marcel, falsch. Die falsche Richtung. Mein Navi, schick mich doch hier lang. Was? Falsche Richtung, oder? Nein. Ähm. Wenn man durch den Bogen durchfällt, kommt man hier auch durch? Guck an auf, da kriegt man Unglück. Hier war ich selten. War hier noch nie. Wer will da hin? Ich? Ja, das ist der einzige. Nein, 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 nein. Neiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? Bist du explodiert? Nein! Ich wasche gerade mein Auto . Tja, ist versenkt. Doch! Mh? 2 Meter vorm Ziel. Äh, sind's nur noch 11 Kilometer. Warte, ich bin auch 1 Kilometers. Bongo 79 auf Platz 1 ist auch nicht verkehrt. Ich probier mal durch ne runchen. scheiße war sie also ich weiß nicht was ihr macht aber ich spreche zumindest mal meine aufnahme ab danke allen zuhörern die so lange ausgehalten haben wir schaffen das da sind wir noch kurz noch mit einer kurzen aufnahme ja 20 minuten ja aber da war es wenigstens halbwegs machbar ist es ja auch naja muss halt nur das gefühl haben wie man da hoch fährt und schön muss man die rampe treffen da geht's rechts runter oh mein ich will ja auch geschwindigkeit ich mache jetzt einen Zug nach tut 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 ich will den Punkt erreichen jetzt war niemand aufnahme ich will den Punkt erreichen er will den Punkt erreichen er will ihn aber erreichen da machen wir halt mal mit innen sicht niemals jünger hochschalten du bist bei 9000 umdrehungen da das ist doch der Wahnsinn und Masse ist immer noch ganz oben oder wie nö nö ich fahr grad eine Zugstrecke entlang ach da war schon Zug nach stimmt hier gibt es ja ein paar super stunts die mache ich mal super stunts super super stunts mann hey und ich lande ganz genau perfekt nein ein wasser ein wasser genau ein wasser ein wasser dann willst du es nur versuchen ich geb's dich auf Gott ja keine Pussy wie er zählversuchen hört dann auf Ronco soll man eine Folge allein machen also ich ich werde fast dafür weil wie gesagt ich kann nur nach äh dreifelstunde und ich werde schon mal zwei drei vier fünf Folgen aufnehmen ja ich auch vielleicht sagen wir einfach mal dieses rennen wollte nicht sein es will nicht ja es will nicht ich einmal noch so wir fahren zusammen auf einen Punkt und verabschieden uns wenn man auch und ich einfach um und dann kommen wir mann ja ich will aber ich will da hoch ich will ich will lass mich da hoch hör an mich ich will da hoch ich will da hoch No Smoking. Gut, dann war's dann all das mit dieser Folge. Es will nicht so sein. Die Strecke ist scheiße und... Unser Leben auch. Alles ist scheiße. Alles ist scheiße. Warte, ich schaff es gerade. Ich schaff es nicht. Ja, beim letzten Versuch. Wäre doch cool. Das wäre eher nihilisch fixer, als wenn man es jetzt klappen würde beim letzten, allerletzten Ultra-Mega-Versuch, denn man ist auf der Schanze. Ja, dann war's das mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Ja, zusammen. Tschau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017